Ich hab gehört, Chef Strubbel ist schon wieder gebrochen. Was ist da los? Wieso spiel ich mit dem Sender in 3? Ich versteh's nicht. Was macht der, mein Dom? Ja! Ich hoffe, die erste Runde ist so gegen schön deutsche Stream-Sniper. Oh ja, da seh ich mich. Was spielt denn die alle so für Champs? Chef Strubbel ist eigentlich immer so Smoker oder Flasher. Matra ist... Ja... ...dabei einfach. Kuba, bleibst du jetzt auf deinem Rang erstmal? Oder spielst du noch auf Main weiter? Nö, ist mir egal. Ich zock einfach. Guck mal, das Ding ist, wenn du im Herzen weißt, dass du einfach ein Radiant-Krieger-Top-Ten bist und sagst, du bist es worth... Du brauchst nicht dieses Fake-Ding, so ein, auf den ich spiel jetzt zwei Tage nicht, damit ich dieses Rang halten kann. Aber hast du gerade auf deinem Smurf gespielt? Matra, kannst du einfach mal deine Schnauze halten und du musst mal alles cool, wo du es... Wurde Frage, wer ist hier so in der Runde von uns jetzt allen, also von euch, am besten, wo ihr sagen würdet, der ist der beste Spieler? Das wäre dann wahrscheinlich Kilian. Oh, das kratzt jetzt an Kuba. Das kratzt an Kuba. Nein, der weiß doch im Herzen, dass er Radiant-Krieger ist. Was ist das für eine Diskussion? Natürlich ich, verdammte Scheiße. Ich bin so viel besser als du, Digga. Es ist B, es ist B übrigens, ne? Okay, das muss man ihn lassen. Ich hoffe, heute bin ich besser sogar. Ich stand jetzt aber. Oh, was? Ey, Junge, mit 3K oder was? Du, den musst du ja klippen eigentlich, weil der so clean war, der Turn-On. Junge. Kuba, wie er so gierig. Mann, hilf mir doch. Wie schätzt du dich ein? Unicorns of Love, Chef Strobel, hältst du das da alleine auf A? Nö, wenn jetzt das rausgehen, bin ich tot. Die kommen zu dir, glaube ich. Komm mal schnell. Geh rauf, geh rauf, geh raus. Geh Zeit, ruf? Smokest ihn. Wollte mich ein bisschen verwirren. Rumatra. Oh, jetzt kann ich nichts kaufen, ne? Strobel, ach, steck, Eier, Digga. Oha, so ein Teamplayer, oder was? Na, B. Ey, Rumatra, die gleiche Scheiße. Ja, ja, ich weiß, es ist immer so. Ich habe mich aber so derweil dran gewohnt. Ich bin überhaupt zuerst nicht. Oah, so, Alter. Ey, geh mal weiter bitte auf B zu Rumatra. Nein, nein, ich liebe das tatsächlich. Ich finde das tatsächlich richtig geil. Ich bin das so derweil gewohnt. Oha, die sind oben. Nice. Noch einer, Klos. Was war das denn? Was war das denn, hä? Oh, die wollen so derweil gewinnen. Ja, das war auch ein bisschen Treuehaven. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass Kuba einen Endstream macht. Oh, damn, Alter. Wie findest du es, von dem Immortal-Eye-Spieler getrash-talkt zu werden? Vor allem Kuba flammt zurück, aber der ist immer gemütlich, weil der Sub's voll liebster Idiot. Was hast du gesagt, Chef Roblo, okay? Hast du dich verstanden? Ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Ja, weiß. Wie kann er es so doll wissen? Ey, Bro, wie kann man so? Die Try-Hand ja um ihr Leben, Digga. Ja, wir machen das jetzt auch. Kein Larifari. Kein Marifari mehr. Muss die Leute nur in den Kopf schießen. Nice. Letzte Anzeite. Letzte Anzeite. Stimmt die. In die Seite. Ich habe recht, ich habe recht. Nice. Romatra, Junge. Da kommt der wieder der Phönix aus der Asche. Romatra, face ruhig rein. Bullienkill, wenn du stirbst, habe ich die Waffe. Ich weiß, ich weiß. Warte, warte, warte. Aber ich gehe davon aus, dass du dich gewinnt, ne? Wird wohl Flash-Preach ist da? Junge, hier kommt niemand. Das tut mir leid. Das tut mir leid, Kuba. Hochhilfe. Ja, ey. Warum? Wie, warum? Sag es. Sag es noch. Sag es noch. Red mit uns. Red mit uns. Jungs, echt. Mega chillig hier auf B. Wie lange bist die Raffen, dass ich alleine auf B spiele? Reach keine Flash ist für 90 Punkten. Ach, das gibt es nicht, Alter. Wie kann man so ein Huren so sein? Wir verlieren einfach die ganze DM-Duelle, weil wir hier immer dry reinpiken. Das wird unerfinkt, müssen wir ja nicht. Ja, Chipschrubbe gibst du ihn. Sag es ihm. Ich freue mich so der, weil auf die Laden wird mit Chipschrubbe noch mal ein bisschen mehr witzig, ne? Irgendwann steht einer auf, Digga. Wer hat ihn so in eine Bombe schieben. Ey, du hast mich so mit Flash, Digga. Zeit. Und guten Mittag und gute Nacht. Okay, Leute. 7.5 ist okay. Meine Strat ist jetzt. Wir machen Stimpeak hier. Ich stun hier. Ich flash nochmal für Kubo hier um die Ecke. Hier raus. Kubo Flash hier on-site. Und zwei hohen Sand-Control. Habt ihr geflasht? Ja, ja, wir haben Zeit. Weiß ich nicht, war meiner zu. Sand, noch einer. Sand, einer. Letzter City, letzter City. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Lassen wir jetzt alle reinrennen und einfach throwen. Der geht oben wahrscheinlich zu Medi. Nice job. So ein gieriger Schiff, wohl ich fasse es nicht. Wie kann man so der wie gierig sein? Fresse. Fresse einfach. Das ist so sauer, das ist geil. Wir machen das gleiche wieder. Ich sehe das jetzt direkt, das ist kein Team, die Gegenpressure machen können. Die haben zwölf Runden gelurkt auf T-Side. Natürlich können die keinen Pressure machen. Wer ein Wichser. Die Gegner sind, haben wir jetzt nicht ausgleichen gehören wie Romatra. Da kann der Gring-Grant-Skilling gut on-plane. Oh, okay, oh, okay. Trap destroyed, kommt von hinten. Kommt von Main. Ja, Romatra kann sich die Dingskills, Alter. Ja, nice. Killing die Eco-Frags. Yeah. Der Eco-Matra. Oh, damn, son. Fünf Kills Strobel. Kann man davon eine kleine Compilation machen, Alter, auf TikTok? Eine kleine Richter-Compilation. Die Frage ist, wie viele Eco-Frags du gerade schon wieder geholt hast und davor. Romatra, du bist so ein Trigger-Point. Ja, Eco-Matra kann man aber auch mal machen. Wie sauer. Gruber, wir müssen ein Wettabschieds, wer den Kampf gewinnen wird, Romatra oder Chef Strobel. Ich würde tatsächlich auch gegenwetten, Romatra. Romatra ist stark. Danke, bro. Habt ihr schon mal gegeneinander geboxt? Nur ein bisschen Sparring einmal, ja. Mö, hab ich Derby gewonnen, Alter. Selten so Derby's Sparrow gewonnen. Äh, trotzdem. G4-Sig Viper. Ulti-Ruschen. Rex. So eine Sache. May, may, may. So, wo sind die Eco-Frags, Alter? Was für Eco-Frags? Oder die haben Waffen? Ja, ich weiß. Deswegen. Ich hab drei Kills gemacht. Was labert ihr? Fully smoked. Fully smoked. Ich hab eine smoked. Egal. Egal, der Nuttensohn. Ja, den klaut er dann, ne? Guter Killschiff-Probe. Boah, so ein guter Ego-Frag. Oh, damn. Ich hab noch nie geboxt in meinem ganzen Leben. Noch nie irgendwie so Ding. Ja, bro. Mein allererster Sparring, der hat gegen Rumatra gemacht. Der hatte schon irgendwie vier Wochen Sparring. Ja, ich hab übel aufs Maul gehauen, Alter. Hat sich mega gut angefühlt. Chef-Probe, was ich machen werde? Ich hab nicht einmal irgendwie Sport gemacht in den letzten zwei Jahren. Ich bin jeden Tag am Rauchen. Ich werd dem shitten, okay? In Sparring. Boah, das wäre krass. Oh, ne Vorbereitung. Jetzt einfach raus. Boah, selten so Derby. Nein, ich hab zwei. Markier mal, markier, markier, markier. Nice. Wir können nochmal A gehen, nicht Ult Side. Jetzt. Jetzt rauf, jetzt rauf, jetzt rauf. Ult, ult, ult. Der Side, der Side, der Side, der Side. Sorry, meine Molly? Dein Molly? Das ist dein Molly. Ja, mein Molly. Sorry, hab den verkackt. Ich hab hinten durchbleiben. Ich hab halb hinten vergessen. Ja, was CT. Ja, CT. LoL. Tryhardt den bitte weg. Gebt dem nicht irgendwie dumm die Runde. Piek da nicht rein. Geht ganz... Okay, ne... Okay, scheiß auf mich, Alter. Ich müde mich. Piek halt nicht mal. Er saft Operator. Well played. Kuba, lass mich hier droppen. Lies keine Subs vor, sondern sag ja. Und bell, bitte nochmal. Einmal bellen. Einmal. Da warst du, Mann. Für dich spiel ich doch nicht, Dinger. Ein bisschen. Ein bisschen. Def, def, def. Markier, markier einmal Bombe. Biss jetzt. Mehr rechts, mehr rechts. Ich kenne einfach auf, wenn sonst schließe ich. Ich war klar, dass er abbricht. Stroblatt, lock auf B. Oh mein Gott. Der Brim weiß alles. Der Brim weiß alles. Dinger wieder Hild. Don't worry, guys. I never lose games like this. Okay, vielleicht doch. Vielleicht verliere ich sie. Lass mich jetzt richtig tryharden. Ich würde sagen, wir gehen Arcade. Drei Leute, zwei Leute über B-Main. Und dann haben wir die Runde. Weil sobald wir die weggedrängt haben, kannst du auch easy aufside holen. Okay, aber warum redest du in den Game? Planter. Ich brauche die Waffe. Ich brauche die Waffe. Ich brauche die Waffe. Ich smoke canteen. Ich smoke canteen. Oh mein Gott, habe ich ihn pretty good. Der geil, wirklich schön. Komm, lass uns jetzt den Sack zumachen, letzte Runde. Ja, rumma drauf im Live. Ach, so spiele ich jedes Mal. Das ist ein Ding. Wo geht's hin? Wieder auf B. Kuba, jetzt Fokus, Mann. Nicht immer Subs vorlesen, bitte. Oh, Mann. Schön, rumma drauf. Sorry, war mein Lutje. Aber ich glaube, die ist geil. Digger, du hast mich so hops genommen. Unfassbar, wie ein Mensch hier sein kann. Geh raus. Ein AP Breach. Ja, du Bitch, leg dich mal hin, Junge. Der geil Biddy mit dem Finisher. Easy. Sorry, Kuba. Ich glaube, mein Lutje hat dich gefickt. Du darfst mich gerne ficken. Oh, Junge, Alter. Arcadia wird gottlos. Aber, Leute, ich sage euch ganz ehrlich. Alles Arcadia cool und sowas. Freizeit und so auch genießt. Aber ich möchte auch sehr hart driten. Du bist ein Wichser. Du hast immer gesagt, jeden Abend. Oh, lass doch abends was saugen gehen. Lass saugen. Hab ich gar nicht. Ich hab's mal die Leute denken von mir. Kannst du meine Zahnbürste schon mal einpacken, bitte? Nein, Mann. Ich packe sie wirklich auf dem letzten Drücker ein. Kurz bevor ich in den Zug einsteigen will. Du kriegst deine scheiß Dreck-Zahnbürste. Danke, danke, danke. Okay, dann bin ich jetzt auch raus. Tschüss, danke für die Games. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nein. 94 gebe ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal.